Ja, rennt ihr hier bei mir hinten an der Straße? Ups, ich hatte auf Einzelschuss. Oh, das ist ein Sinn, oder? Ja, ja. One tap in head. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir starten hier in Tarkov diesmal auf der Map Customs. Ziemlich low budget sind wir hier zu dritt unterwegs, was sicherlich die ein oder andere Situation schwierig gestaltet. Nichtsdestotrotz gehen wir mit unserer kleinen Chaos-Truppe wie immer unser Bestes. Und das war's erstmal von mir. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ich will den Salewa hier vorne holen. Ja. 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 Ich bin hier beim Eingang. Ich weiß nicht, ob es ein Scuffle oder ein Spieler von der anderen Seite war. Ja. Ben, dann muss der über den Gang... Ich hab's scheinern. Was? Nee, ich schieß noch was anderes. Merkt ihr das nicht? Ja, was geht? Okay, ist das Krass. Ich mach ihn doch tot, ey. Ich gucke, ich denke, der ist bestimmt tot, steht der immer noch da und grinst mir an. Habt ihr jetzt gerade beide auf den geschossen oder warum hast du das Krasschen hier? Ja. Ja, ja. Weil ich dachte, ich schieß lieber nochmal mit nach. Bevor der ihn am Ende noch killt oder mich, weil der hat in meine Richtung geguckt. So, Visier. Das ist Munition. Vielleicht auch noch was Armliches dabei. Ich geh ins Big Red. Ist schon jemand drin hier? Nein. Nö. Ich bin hier vorne im Wertherhäuschen. Okay. Hattet ihr jetzt gerade nen Rucksack? Ne. Nur ne Weste. Ne. Nur ne Weste. Da ist auch leer. Sehen wir rüber Richtung Baustelle Uhr. Woah. Die können wir rüber Richtung Baustelle Uhr. Wollt ihr über Garagen gehen oder wo wollt ihr lang? Ah ja, direkt rechts drüber. In den Garagen sehe ich soweit nichts? Ich auch gerade nicht, ne? Mal ein bisschen weiter links sind Schüsse. Ist schon irgendwer rüber, ne? Versuch mal rechts rüber zu kommen. So, wir hätten runden lang gehen können, ne? Ja. Okay. Ich bin hier an der Wand jetzt. Hier liegt schon ein toter Scaf. Oder so. Wird geschossen auf der Baustelle. Der ist komplett nackig. Ist das Baustelle gewesen hier, glaube ich. Wo die Schüsse gerade herkamen. Ich seh jetzt von hier nix. Vorne. Richtung Gastank. Da. Und glaube ich Scafs. Ne. Die rennen. Spieler. Ganz viele. Die hopfen aneinander rum. Leute. Och. Alter. Ich hör an. Ich zögel rechts rum. Einer ist tot. Hat Headshot gekriegt. Die anderen zwei haben sich hinterm blauen zurückgezogen. So. Ich geh nach oben aufs Plateau. So. 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 Die sind hinten am Skeleton beide. Okay. Waren das drei oder war das zwei. Das ist frei Ich hat einer! Kommst du raus? Kannst du rauskommen? Ah, scheiße! Fuck! Zwei hab ich! Mann, der dritte wollte nicht umfallen, ey! Wir sind Spieler Okay Sind die dritte drin? Ich renne hinter dir Muss ich leise sein, oder was? Die sind jetzt hier, am Busch Können gleich durchs Tor kommen Ist so ein Busch da? Ne Der ist jetzt hier hinten am Dings Versteckt Ich hör sie, ich hör sie Nie sehen? Ja, ja, warum hast du nicht auf ihn geschaut? Achso Ja, wir gehen langsam hinterher Einen hast du? Ah, der dritte hat mich! Ich glaub ich zwei hab ich Ja, zwei hab ich Ja, zwei hab ich Keine Granate? Ne, ne, nicht mehr Warte Drei Ne, schaff ich nicht Mann! Fuck, der hat mir so viel weggeballert! Scheiße! Aber du hast beide geholt, ne? Ja, ja, ich hab beide geholt. Ach, Topspawn. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich muss gar nicht in Dorms rein, fällt mir grad mal so auf. Du musst in Dorms rein, aber der Raum kann jetzt noch nicht offen sein. So ist es richtig. Wir könnten aber ins Dreierdorms unten reingehen von der Seite und ein paar Spiele abfangen. Mit der Acker ist wo. Oh ja. Und PP. Du willst unten rein, ne? Wollen nur da gehen wir außen rum, ja. Ach komm, ich probier's. So, aufpassen, vorne links kann... Außen im Busch mit Highsters. Die laufen hoch. Die sind oben rein. Die laufen durch. Ich geh hoch. Es ist nur einer, der ist schon durchgelaufen. Oh, ich geh da rein. Noch ein Zweierteam draußen, vorm Gebäude. Oh, come on. Und einer oben. Bist du unten? Ich bin jetzt auf der Stairs, ja. Warte. Einen nach oben? Oh, ich bin down. Hä? Irgendwo ist einer rein. Ich glaub, die sind die Treppe hoch in der Mitte. Ja, ja. Oh, ja. Kommt noch wer dazu? Einen hab ich. Nice. Nach, nach? Per зай. Nach, nach. Nach. Das war's für heute. Ist der mir jetzt gerade hinterher gelaufen? Wirrig, der Sound ist richtig schlecht. Jaja, entweder über mir. Ich hab erst gedacht, er ist draußen. Hab ihn. Hola, muchacho. Ui. Ui. Vielleicht hatte ich diesmal auch tatsächlich den Vorteil, was Dings anging. Das Ding ist, er hat ein bisschen wenig dabei dafür. Der hat meinen Scheiß wahrscheinlich noch. Oh, ne, hat er nicht. Der hat meinen Scheiß. Ui. Oh. 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 Schaff. Ah. Schaff. Bis zum nächsten Mal.